Große Überraschung! Florens Überreisen und Beatrice Ackley bestätigen ihre Liebe nach einem Jahr des Versteckens. Willkommen auf dem Kanal mit freundlicher Genehmigung von Prominenten. Klicken Sie auf die Schandfläche abonnieren, um die neuesten Nachrichten von uns zu erhandeln. Es war ein Schock für Fans und die breite Öffentlichkeit, als die Starstars Florens Überreisen und Beatrice Ackley eine unerwartete Nachricht verkündeten. Sie waren seit einem Jahr verliebt und machten es erst jetzt offiziell. Diese Nachricht versetzte die Fans beide in Aufregung und Freude. Florens Überreisen, der in Deutschland anst Schauspieler, MC und Musiker bekannt ist, und Beatrice Ackley, eine berühmte Schlagersingerin, haben bei vielen Projekten und Veranstaltungen in der Unterhandlungsbranche zusammengearbeitet. Während dieser Zeit entwickelten sie eine innige Beziehung und nach einem Jahr des Versteckens beschlossen sie, der Wind ihrer Liebe zu erklären. Diese Liebesaffäre hat viele Fans zum Nachdenken über die Frage gebracht, warum haben sie es ein Jahr lang geheim gehanden? Und wie haben sie sich in dieser Zeit kennengelernt und ihre Beziehung entwickelt? Die Überraschung dieses Paares wird sicherlich viele Interviews und Gespräche mit der Presse bescheren. Obwohl das Paar seine Beziehung ein Jahr lang geheim gehanden hat, ist es wichtig, dass sie nun bereit sind, ihr Glück mit der Wind zu teilen. Dies kann ein Zeichen der Stärke und Standhaftigkeit in ihrer Beziehung gewertet werden. Sie stütten sich nicht an der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Presse und Beschlossern, gemeinsam zu träumen. Florian und Beatrice sind bereit, sich die Aufmerksamkeit und den Fragen der Presse und Fans zu stellen. Sie gehören derzeit zu den berühmtesten Paaren der deutschen Unterhandlungsbranche und senden mit ihrer Liebeserklärung positive Botschaften an ihre Follower. Nicht nur Fans, sondern auch viele Kollegen aus der Unterhandlungsbranche freuten sich sehr und unterstützten die Entscheidung dieses Paares. Florian und Beatrice haben Stärke und Bereitschaft gezeigt, sich den Herausforderungen des öffentlichen Lebens zu stellen. Und das hat sie zu einem Symbol der Liebe in der deutschen Unterhandlung gemacht. Mit und erwarteten Nachrichten bewiesen Florian und Beatrice Eckley, das lieber unter der Oberfläche lange blühen kann, ohne sie öffentlich machen zu müssen. Fans und die Öffentlichkeit werden ihre Reise sicherlich weiterhin verfolgen und unterstützen und neue Informationen von diesem Paar erhanden.